Hast du mal ein Problem und kannst keine Rettung wählen? Dann ruft S.T.P. Crosses looks like a job for me Hilfe, Hilfe, S.T.P. What the hell, wer ruft da? Scheinbar ein Notfall, Ladies haltet durch Ich bin gleich stark, klar, Tag ist auch schon Da mein privater Robby ist der Schrocken noch so böse Egal, er verkloppt ihn Schlamm ihn auf Lockwind, härter als Schwermann Da kennt ihn an dem Overall mit dem Walkner, oh yeah Überall haben wir angefahren, noch im Boxen, neun Tag aus Tag, hol schon mal den Wagen Unser Rap-Mobil, bloß habu voll zum Bounce Dann auch super hin, wollen den guten Sound Der 90% aller Heroes sind weg Und das Lied aus ihrem falschen Handgepäck Scheiß auf Wiedermaus, Masken und Spinnkostüme Ich komm später noch mit der Lizenz zu chillen Ich will kein Martini, nicht geschütteln, nicht gerüttelnd Ich will nur dacht ja, alle unseren Namen brüllen S.T.P. Hast du mal ein Problem und kannst keine Rettung wählen? Dann ruft S.T.P. Crosses looks like a job for me Hast du mal ein Problem und kannst keine Rettung sehen? Dann ruft S.T.P. Crosses looks like a job for me Zwei Goldswerden mit Rot von einem Elefanten Und der Superkant, den hab ich gleich erkannt Denn er tut zweimal lieb, doch ist ein böses Blübchen Trist gerne Kinderdärm und heißt Benjamin Blümchen Ich wollte erst mal mit ihm diskutieren Ihn quasi mit Argumenten paralysieren Doch er war gleich gestresst, ey Und haut mir mit seinem Rüssel voll in die Fresse Während ich so meine Nase verarzt, ey Ich tag schon in der nächsten Kampfphase Denn zum Glück kann er ja Polettein Und diese Fähigkeit setzt er gleich ein Ho, 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 ho Ho, ladies and gentlemen Let's get ready to rumble Im Matrix-Style schwebe ich durch den Raum Der Ausschauwerte der Kalexos Benni schnauht den Augen kaum Bei meinem schwarzen Outfit Kriegt jeder Angst Bei meinem harten V Der Kürtas ein kurzer Kamm Doch Benni die Sau ist stärker als ich dachte Was mich wiederum auf eine andere Idee brachte Quasi-Trick-17 mit dem Kreck-Mann-Sie-Alle-Action-Peter-Duck-Alex So stellt Benni eine Falle Doch immer mit der Ruhe Ich erklär euch den Streich Ich fordere Benni auf zum Rüsselvergleich Der dumme Problem springt natürlich darauf an Sein Scholz, seinen Rüssel und denkt echt jetzt einen Mann Ich täusche vor, nach meiner Pfeife zu greifen Und reife mir sein, will ich nicht steifen Nasenschweiz und mache Knoten rein Damit hat er nicht gerechnet und fängt an zu weinen Meine Rede kurzer Sinn, Benni geht auf Denn es kämpft sich ein Stück mit dem Knot in seinem Schlauch Ende gut, alles gut, denn alle sind gut drauf Die geretteten Ladies geben uns ne Runde aus Hast du mal ein Problem und kannst keine Rettung drehen? Dann ruf SGP Was ist los, gleich ich hab von mir? Hast du mal ein Problem und kannst keine Rettung drehen? Dann ruf SGP Was ist los, gleich ich hab von mir?